Was ist denn rauszudrein? Englisch, der ist sehr. Super. Jetzt hab ich mir noch. Abziehen wir jetzt, dass ich noch. Also die rauszudrein. Du hast dann selbst mit dem Ultraschulgerät da unten. Nein, das ist... Wirklich? 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 Ich hab mir gedacht, das ist ein Zierweck-Untem. Ja, ja, ja. Schon gesagt, ja. Der hat schon gesagt, schon wie das schön ist. Die Ploch da hinten. Ja. 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 Du bist aus Kroatien? Ja. Du bist aus Kroatien. Oh, wirklich? Oh, wirklich?